so herzlich willkommen zurück hier bei oberzock minecraft folge 25 wir sind hier zu hause ich habe hier gerade schon mal obsidian und blei reingeschmissen für harten glas wir haben ja energetik roi bräuchten wir zwei stück ich hoffe davon haben wir noch was gold glowstone haben wir noch ein bisschen was gold glowstone redstone so das ist das nächste was hier reinkommt gold glowstone redstone ach quatsch nicht da hier rein stop nein hört hier bitte auf nein nicht so die drei so weiter starten gold glowstone redstone rot haben wir ein bisschen was fertig so daraus kriegen wir fünf das heißt wir können zwei das 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 elektrisch stil elektrisch stil brauchen wir noch und so ein daylight sensor das das und die slabs Davon brauchen wir noch ein paar, aber ich denke mal so 12 stück müssten reichen. Wir machen noch mal 4 stück, ups, falsche kiste, rein damit so, daylight sensoren haben wir 4, wir brauchen Elektrical Steel, Silikonpulver, Silikon, Inhalten, Zinn, Eisen, Du bist noch am Arbeiten, du kommst nochmal raus, Iron, Blei, Eisenblei, ach seh, Kohle, pulverisierte Kohle, haben wir hier auch noch, wunderbar, aber kein Blei, so, wir kriegen da raus jetzt eine Elektrical Steel, 2, 3, 4, 5, das heißt, wir könnten 2 bauen, das heißt, wir brauchen hier definitiv, naja, wir packen mal 6 zurück, Harden Glas, ist jetzt hier durch, so, danach kann das Mehl wieder rein, und das Holz wieder rein, so, und dann, das, das, der Daylight Sensor, das Elektrical Steel kommt da noch hin, und das Energeteke Neu, 2 sind fertig, die können schon mal da rein, hier muss man schlafen, damit das hier ein bisschen vorangeht, aua, so, kriegen wir nochmal 20, 11 mehr rein, und du machst 10, 11, 10, 11, warum machen die da oben nichts, schnell aufs Dach springen, mal gucken, einmal hoch hier, okay, das ist natürlich ein Grund, so, du musst weg, du musst weg, upsala, so, die machen 7 und 7, opala, nicht da reinfallen, so, 6 Minuten rum, von der Folge, das heißt, wir kriegen jetzt hier rein, 24, du willst 60 aber haben, so, wir können raus, die Reden haben wir auch, was ist das, Zertusquartz, so, hier müssen wir noch rein, hier müssen wir noch rein, so ist, nein, ihr habt mich wahrscheinlich schon angeschrieben, 2, 3, 2, so macht es 10, 10, 8, passt, und kriegen wir 4 raus, 4 raus, oh, saugeil, das heißt, die müssen jetzt nur durchlaufen, hier, 4 haben wir schon, 1 solar panel, was ist eigentlich das hier, flame string, hier ein Apfel, achso, wir sind wohl genährt, kann da mit rein, einer ist fertig ist noch einer fertig noch einer, komm einer noch, dann haben wir es da ist der letzte fertig, wunderbar hier kommt da rüber rein, hier kommt da rein vier Photovoltaik-Zellen dann kommen wir von 24 aktuell 28, dann verdoppeln wir das mal so nebenbei ok 7, 14, 21 die machen jetzt aber 50 volle Möhre 50 11 pro Tick schön, schön, schön die 10 von dem noch machen 70 komm jetzt hier sogar rein geil, geil, geil das brauchen wir nicht mehr das kann hier rein und Mäh bitte mal raus weil wir haben im Moment genug zu essen das füllt sich sogar noch und läuft mit full speed so, Capacitor oh nein, Stopp-C Basic, Double Layer, Octelic braucht aber Vibrant Alloy davon hat man glaube ich nichts ach so, unten Colored Glowstone äh gut, das sollte auch erstmal so reichen Capacitor Bank Redstone Capacitor Gold Redstone Redstone Kupfer Redstone Gold Redstone Redstone Bin ich jetzt blöd Redstone Kupfer Mensch Haben wir nur Gold-Nuggets? Nein, haben wir nicht mehr Kupfer Machen wir hier Machen wir hier ein paar Golden Nuggets Zack, 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 zack Mundane Ring Redstone Kapacitor Redstone Kupfer 9 hätten wir davon. Also 2, 2, 2, 2. Zweitens 8 mal Eisen. Oh, Electric Steel haben wir hier auch. So, 2 mal Eisen. Äh, 2 mal Redstone. So nicht. 2 Redstone weg. Basic Capacitor. Du weg, du weg. Input, Output, Input. Oben ist Input. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Input, Input, Output, der kann weg. Und dann läuft noch Kabel lang. Goody. 30 macht hier gerade aktuell nur 25 ok so 1,2,3,4 die hälfte davon haben wir das wieder da rein die hälfte haben wir der war ein bisschen zu schnell so können wir uns schon schlafen ich habe noch ein bisschen was zum durchrödeln der hier ist gleich leer aber es läuft jetzt richtig schön flüssig zügig na gut so lange halt bis der hier leer ist damit unsere solar panels auf dem dach wieder laufen dann sollte der sich hier wieder füllen oder auch nicht da kommt es gerade nur 40 rein weil ihr gerade nur 25 macht und du machst 10 genau 25 plus 10 macht auch 40 da gehen es auf jeden Fall auch schon 3 Millionen rein macht 30 und 10 macht 40 ja steigt 46 das heißt ihr solltet jetzt auch gleich wieder ein bisschen besser laufen so 1,2,3,4,5 die energy conduits schmeiße ich hier mit rein 1,2,3,4,5 fünfeinhalb also jetzt der noch voll und dann noch einer ja dann können wir hier drüben die turtles anschmeißen und dann eigentlich anfangen zu bauen wird auch Zeit wird auch Zeit da freue ich mich schon ganz gewaltig drauf weil dann können wir nämlich ja die turtles umsetzen fangen dort an zu bauen dann müssen wir zusehen dass wir auf jeden fall dann genug steine haben ich ja hier schon ein paar vorbereitet habe da können wir schon mal ein paar stone bricks draus machen soo jetzt haben wir schon ein bisschen baumaterial das schmeißen wir da haben wir schon ein bisschen was zusammen bekommen kupfer was ist das das noch mehr Aluminum Aluminum oder Aluminium ne Aluminum und Salz was machen wir denn mit Salz ja ein kompressten Salzblock kimchi curry rice altes Banane Walnüsse Mehl ok ok hier kann man ja richtig viele Rezepte machen damper gherkin kenn ich ja das gar nicht hier Tofu garlic Salz ach du scheiße ice cream können wir auch machen pickles hier merkt euch das mal mittlere kiste unten schmeiße ich die Bausachen rein ok 1 2 3 4 5 6 7 6 7 7 1,5 ein bisschen noch genau so du startest wieder an ja zu füllendig ja in der nächsten Folge wird das hier durchgelaufen sein so lange warte ich noch ähm und dann wie gesagt Turtle starten und dann können wir langsam loslegen mit der richtigen Werkstatt äh zu bauen müssen dann wahrscheinlich nochmal eine Mining Tour machen für den Query und dann geht es richtig rund vor allem dann wollen wir auch schnellstmöglich auf Applied Energistics kommen wo ich dann eigentlich schon mal lostigern müsste und mir die ähm die Logik Press und sowas alles zu besorgen die 4 Stück aus den aus den äh Meteoriden ja ist auf jeden Fall der nächste Plan so für die nächsten 5 bis 10 Folgen und dann wird es interessant ganze Automatisierung und all sowas und ich würde mich freuen wenn ihr auch dort wieder dabei seid und mich hier weiter unterstützen würdet liked teilt kommentiert ich würde mich freuen und ja bis zum nächsten Mal ich war Europa und sage tschau bis zum nächsten Mal